Und wir starten die Aufnahme. 5 Sekunden. Ich habe gerade den Justin, der gerade im Spiel noch mal gefragt, wie es mit dem Map-Loader aussieht. Ich hoffe, er schreibt mir gleich. Dann kann ich das später noch mal irgendwie einfügen. So, heute rauche ich mal wieder. Wie gesagt, ohne Nikotin-Kinder, aufpassen. Die Katze ist auch wieder da. Okay. Puttje, puttje, puttje. Ein, zwei Ründchen mal alleine, mal schauen, wie es geht. Also, ich habe bisher, und das ist mir fast schon peinlich, nie einen Chicken-Dinner geholt. Ich habe aber auch nicht so viel gespielt. Ich glaube, ich habe jetzt mehr in den Streams zusammen gespielt, an den Streamen vielleicht seit einem Monat, als überhaupt PUBG. Also von daher, ich bin Ego-Shooter, habe ich, also das ist ja nicht nur Ego-Shooter, sondern generell Shooter, habe ich ewig lang nicht mehr gespielt. Weiß nicht. Und ich hatte mal wieder Bock auf den Shooter. Ja, ich brauche wieder ewig. Ja, ich brauche diesen Map-Loader. Ah, da müssen wir. Gut, er sucht den gerade. Kann man das vielleicht auch hier einstellen? Gameplay. Fumbling-Modus. Ich bin ja eigentlich Fumbling. Sprinten. Replay, Deathcam. Ah, Karte vorab laden. Oh, das ist mittlerweile integriert. Oh, ich muss ihn gleich schreiben. Ich frage ihn gerade. Ähm, wo springen wir denn ab? Oh, wow, wow, wow. Power Grid ist geil. Das ist geil. Montenuevo. Auf geht's. Ups. Machen wir mal. Habe ihn gerade gefragt. Ich schaue gerade nochmal kurz. What he says? Was sagt der? What he says? Was sagt der? Aber es fliegt niemand. Null mit mir. Oh. Ich bin, ich habe gerade, ja. Weil ich habe keinen Bock auf irgendjemanden. Raffineries. 30, 35 sagt man ja immer. Immer am weitesten. Habe ich auch von Justin gelernt. Es ist keiner mit mir da. Krass. Ich hoffe, ich finde einen K. Dann kann ich aber auch jetzt in die Stadt, ganz ehrlich. Das zugeben, PUBG ist für mich das Beste. Ich habe H1, Z1 gespielt. Das war nicht so gut. Ich bin hier mit dem K. Ah, Money. Oh, fahrt schon Money. Wow. Oh. Lädt nach, okay. Hallo. Ich will weitermachen, danke. Hier, Steps. Okay. Panne. Oh, ein Schalldämpfer. Ein Schalldämpfer. mit. Wie ganz nah an der Zone. Sexy, sexy. Das wollte ich haben. Keine Steps. Ich finde keinen Rucksack. Oh, ich habe ja den Schalli hier. Oh, ich habe zwei Schallis. Das kann jetzt richtig heiß werden. Du solltest auch mal Charakterrendern ausmachen. Okay, Charakterrendern ausmachen. Hi, Goodies. Aber es kann auch sein, um die Uhrzeit spinnt mein, ja, spinnt mein Internet immer. Das ist genau die Uhrzeit wieder. Oh. Nichts, Alter. Oder Steps. Was heißt Inf? Inferno? Zwei Rucksack. Löst. Und Scope. Ich werde es zum Verziehen aber. Gute Nacht, Justin. Bis dann. Oh, zwei Halb. Neun Millimeter, neun Millimeter, neun Millimeter. Ähm, Kompensator brauche ich nicht. Das suche brauche ich auch nicht. Kommt rein. Und auch im Auge. Bis drüben. Ich höre den. Lass ihn mal laufen. Wichser. Du Wichser. Genau gehört. Vielleicht gibst du ne Pfandschlacht, wenn du so weitermachst. Okay. Ah, Fug, wo ist der? Fug. Wo bist du, du Muschi? Ah, Mann. Fug, die Henne. Fug, die Henne. Wo war der denn? Ich habe gedacht, der wäre hinter der Smoke. Fug. Alter. Ah, den habe ich voll übersehen, Alter. Warum hat er denn nicht geschaut? Ach, der musste nachladen, der. Fug. Ah, der war hinter mir. Ich habe das gerade gar nicht gehört. Okay, ich mache mal den Map-Loader an. Was ist der denn da? Da. Äh. So. Achso. Achso, du hast gesagt, ähm, Charakter-Rendern. Achso, Inventar-Charakter-Rendern. Wissen. Okay, mal schauen. All of my notes. Besser. Ich hoffe, das ist das, was ich jetzt eingestellt habe, Justin. Und ich hoffe, ich brauche nicht mehr so lange. Weil ich glaube, das war so mitunter eines der Probleme. Du sagst 10 Sekunden? Das ist ja komisch. Und dann muss ich PUBG nochmal neu starten. Ich kann ja auch sagen. Ich kann ja auch sagen. Hm. Ah, der ist nicht. Okay, wir warten ab. Ja. Wir starten gleich wieder. Hm. Schon wieder so ewig lange. Ich muss PUBG nochmal neu starten, merke ich gerade. Machen wir noch. Irgendwie nervt das. Ohhhh. Ohhhh. Peinern. Auf geht's. Camp Alpha. Okay, da springt jeder ab. Dann dahin. Okay. No risk, no fun. Die kommen dann wahrscheinlich aus Pinalen rüber. Und straight forward. Oh Gott. Da, 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 da. Und runter. Dann schauen wir, wie viele. Einer? Ist keiner. Dann gehen wir in Halle. Nein. Doch, gehen wir in Halle. In die Halle. Halla, 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 Halla. Ah. Beste immerhin. Ähm. Die Bolzen, Alter. So ne Knarre. Au. Junge. You will die. Anschein die ersten Schüsse. Oh. Will die Bro. Das ist so wie so ein 6er Lotto gerade. Uh. Geil. Nade. 50 nade. Safe all. Na, den seh ich mal bewegen. Alter. Wow. Fuck you, bitch. Was? Ach, da oben ist der. Alter. Ah, komm schon. Da war ich ein bisschen, wollte ich zu viel. Ah, Mann. Okay, passiert. Okay, passiert. Ähm, ich geh mal noch mal kurz aus dem Game. Ernsthaft, ich hab vergessen ins Game zu schalten. Alter. Warum sagt mir das keiner? Oh, sorry. Ich hab vergessen, jetzt ins Game zu schalten, dummerweise. Ich seh das Game lustigerweise, nur ihr nicht. Ah, das war eben blöd. Egal, passiert. Ich bin am Arsch. Laufen wir mal über die Pampa. Wenn ich das eigentlich nicht so gerne mache. Ach ja. Ja, wir haben so ein kleines Stückchen zu laufen, würde ich sagen. Ich werde nicht hier wie auf dem Präsentierteller stehen, aber ich stehe hier wie auf dem Präsentierteller. Ich nehme mal die Scar in die Hand. Die Scar hat wenigstens... Ja, ich hab ein Skab mit den Fifas, oder? Hm. Oh, Loot nebeneinander. Ist das ein krasser Punkt. Der mir aber gerade null bringt. Mhm. Na, ich muss mich mal ein bisschen schneller beeilen, wenn ich die Zone haben möchte. Die Zone wird sich über Los Leones so ein bisschen lösen. Ich markiere mir mal Los Leones. Da wird es wahrscheinlich am meisten abgeben. Ich bin wahrscheinlich mega abseits. Ja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ich bin wahrscheinlich am besten abgeben. Ja, ich bin schon was ich. Ja, ich bin schon da. aber ich würde es schaffen dicke wenn ich dich auf dem weg abgeknallt aber das ist eher das problem krieg ich schätze jetzt ist er natürlich hinter dem dass ich den typen nicht getroffen habe mindestens einen kleinen shot gegeben ist ja gar nichts läuft noch nicht also wenn dann läuft aber da schießt jemand auf mich ich erfreue mich größter gesundheit ja oder ich sterbe hier gleich ich sehe ich schon kommen 5 Sekunden alter ist das ein langer weg nicht mal irgendwie ah der schießt nochmal hier kann er versuchen mich zu treffen wenn dann hat er ihren höhenunterschied und dann hat er vielleicht glück red zone wenn er pech hat dann trifft ihn die zone noch und dann stirbt er eh elendig noch ein bisschen knapp ein bisschen schaden werde ich wahrscheinlich ziehen ein bisschen oder doch nicht gar nicht mal aber ich werde gesniped hundertprozentig bin gleich am arsch ich bin jetzt gerade relativ still weil ich höre ob schüsse fallen ich versuche mal so an der zone entlang zu laufen bis zum wohnwagen da vorne wenn mich keiner versucht zu snipen ja hab ich mir schon gedacht jetzt kommen die ersten shots alter dass er nicht trifft und er hat freie bahn also jetzt bin ich erstmal safe und ich habe einen wagen au revoir wenn ich da jetzt nicht gleich weggesniped werde kann es mir eigentlich sowas von egal sein da lang nach leone sehr gut ich hoffe ich stoße nicht gegen einen stein kann sein dass ich so übel beschossen werde gleich weil ich mich immer tiefer in die zone rein bewege versuche mal hier ähm fuß zu fassen dann stelle ich auf einer und den stelle ich auf und den stelle ich würde mich mal nach oben begeben ich würde mich mal nach oben begeben das ist ein schlechter spot ich höre dich hallo immer hier hoch wo kommt die zone hin ich habe eigentlich ganz gut geparkt ich bin gleich hier am edge aber ich werde nicht fahren weil sonst bin ich viel zu laut die zone ist zum glück nicht so weit weg ah fuck ich hätte doch fahren sollen ah egal ich glaube wir schaffen das nicht ich habe jetzt so viel gas dass ich hier noch was finde ich könnte sogar noch gut packen aber ich wette da stehen wieder leute und snipen so wie vorhin auf der fahrt hierher alter habe ich gerade gas wieder ich packe das noch vor der zone das soll nochmal wegen den roten bildschirm davor war not my absicht warte mal da habe ich eins habe ich eins ich lauf mal weiter ich lauf mal auf den berg hoch und werde dabei noch gesniped ich bin grad total pessimistisch sorry sorry oh ich höre jemanden wenn ich Pech habe werde ich hier abgesniped ich schaue mir die Stadt mal an ist das ein Auto da ist niemand da ist niemand und ne der zone so ich höre gerade er hat mich gesehen aber er hat mich nicht gesehen wenn dann kommt gleich einer hoch ich höre niemand ich hab jetzt voll verpeilt auf die zone zu gucken ein bisschen schaden zieht noch die zieht mir so viel ab und ich habe keine energies ich bin tot ich habe viel zu lange gewartet alter oh da hat jemand eine schöne Waffe die häuser aber die zone da ist die zone lass mal den kipp nehmen aus position jo weiter gehts oh hab ich gleich wieder medikit soll ich das medkit wirklich so dringend ja ich würde wahrscheinlich hier wieder nicht in die halle ganz rein ich würde mal schnell gehen Oha, wird mal von der anderen Seite kommen. Oh, von da hinten kommt was schönes, was es auch immer sein mag, es tut weh, es wird doch wehtun, ein vierfach sucher, brauch ich jetzt nicht, was habe ich, ich bin 3er, wüsste da hinten, das Holo lege ich ab, da hinten, geben sich da oben gerade echt die übelste Rübe, wenn ich hier noch unten döse, oh ich muss hoch, da oben bist du, okay, der steht irgendwo hier, der snipet, da snipet jemand, der wird mich auch gleich umnieten, nächstes kommt. Alter. Alter. Wie lange habe ich noch? 1,5. Ich habe eine Posi. Ich habe eine Posi. Ich habe eine Posi. Ich habe eine Posi. Hahahaha. Drecksack. Habe ich dich. Unsohn. Oha, du Wichser. Abstich gemerkt hier, deine scheiß Granate. Aber schön gemacht. Immerhin ein Kill, siebter Platz, kann man nicht klagen. Nochmal. Der hat den Schuss gehört hier, der war da oben. Jetzt kommt mein Kill. Der hat immer schön ein Bissier gehabt. Hat er sich verdient? Hat er sich verdient? Sehr gut. Ich glaube aber, ja. Zitle.